Hallo zusammen, ich bin Vanessa und zeige euch heute in der Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth, was eine Fachfrau Hauswirtschaft alles so macht. Kommen Sie mit! Die Tätigkeiten von meinem Beruf sind Zimmerreinigungen, die wir all den Tag machen. In der Wäscherei, da legen wir Tischtücher wie auch Bettbezüge und Kleider zusammen. Im Service servieren wir viele Getränke und die Kasse betienen. Und einen kleinen Teil verbringt man auch im Büro. Die Stiftung gefällt mir das Familiäre, was wir hier haben und dass alle miteinander per Du sind. Das Schöne an meiner Lehre ist, dass sie sehr vielfältig ist und dass es einem nie langweilig wird. Die Stiftung ist an einem zentralen schönen Ort direkt am See und gute ÖV-Verbindungen hat man auch. Unsere Häuser haben ganz viel Charme und viele Brüfe, die dahinter stecken. Ich bin gut im Haus aufgenommen worden und habe einmal in der Woche einen Lernnahmittag mit der Berufsbildnerin. Nach der Lehre hat man die Möglichkeit, sich auf einen Bereich zu spezialisieren und mit Weiterbildungen weiterzukommen. Wenn euch der Einblick in die Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft gefallen hat, bewerbt euch jetzt. Das Schöne aument drill. Bis zum nächsten Mal.